Heute wollen wir uns einige Arten ansehen, die die Möbel am Arbeitsplatz ein wenig mehr belasten können als andere. Da haben wir zum Beispiel den untätigen Trödler und den zögerlichen Unentschlossenen, den leicht gestressten Zeitoptimisten und den sturen Dickschädel. Unsere Produkte sind alltagstauglich, sodass sich keiner von ihnen zurückhalten muss. Kaufen Sie Ihre Qualitätsprodukte bei AJ Produkte.